Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's bei City Skylines. Wir machen heute weiter bei DLC City und bauen den Vergnügungsdistrikt weiter. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Es kam ein Kommentar rein, ich hab mich ja über immer Züge beschwert, die einfach leer hier rumfahren und unser ganzes Zugsystem vollstopfen. Okay, das nicht, das ist ein Zug von uns. Aber es gibt hier so Züge, der zum Beispiel fährt nach Rockfield. Äh, erhöhter Umgehungsfeld. Genau, der kommt glaube ich von außen rein. Der fährt nach außen weg. Und auf jeden Fall kam das Kommentar, dass die Züge so leer sind, weil die Leute von außen nicht so gut einsteigen können. Ähm, mag bei manchen Maps der Fall sein, hier nicht. Äh, ich hab hier ein paar Modifikationen drauf. Im Normalfall könnt ihr das hier gar nicht sehen, weil das im Nebel ist. Und es gibt Fälle, wo sich hier richtig viele Passagiere stauen. Also wo dann richtig so ein Pulk ist, wie bei so einer Haltestelle und die sollen halt in die Züge einsteigen. Ähnlich wie hier. Die warten jetzt quasi da drauf auf den Bus. Auf so einen Überlandbus. Dann steigen die ein. Und dann fahren die quasi in die Stadt. Und das hätte man dann, wenn jetzt hier so ein riesiger Pulk Menschen stehen würde, könnte man das lösen, indem man hier noch einen Bahnhof hinbaut. Wäre aber trotzdem blöd. Und ich habe auch mal die ganzen anderen Eingänge kontrolliert. Und da, ähm, ist halt nirgendwo so richtig viel. Und deswegen ist das in dem Fall nicht unser Problem. Hier sind halt ein paar mehr, aber auch nicht viele. Und ihr seht aber trotzdem, es staut sich hier ohne Ende Züge. Und, ähm, vielleicht müssen wir die Verbindung einfach mal kappen. Oder wir machen gesondert, dass die quasi nicht durch unser Hauptnetz fahren, hier so nach links, sondern einfach hier hinten wieder rausfahren können. Und machen hier einen Umstiegsbahnhof, so dass man von den Zügen, die von außerhalb kommen, in die Züge, die innen fahren, umsteigen kann. So, das war's. Genau, hier könnte man einen richtig geilen, so einen Sechserbahnhof machen. Da hätte man drei Gleise schon belegt. Das ist eine geile Idee, das machen wir. Wobei der Sechserbahnhof ja nur zum Mass Transit gehört. Aber, da habe ich, glaube ich, auch gesagt, die großen Bahnhöfe werden wir auch in andere Stadtteile benutzen, weil sonst ist es einfach ein bisschen doof, ne? Weil gerade, wenn man viele Zugstrecken hat, lohnt es sich schon, die zu benutzen. Und man kann nochmal gucken, wo noch. Also hier ist ein guter Punkt. Und hier fährt noch ein Zug von außen rein. Man könnte hier noch so einen Umstiegsbahnhof machen. Und dann hätte man die äußeren Züge von den inneren getrennt, so. Wo ich allerdings noch gesonderten Zug habe. Haben wir eigentlich einen, so einen Zugdings für die Industrie? Ein Zugdings ist auch gut. Ich glaube gar nicht, ne? Okay, das ist auch gut. Wegen Im und Export. So, wir machen hier weiter. Das lasse ich mal frei. Weil es kamen die Tage an den News rein. Zu neun DLCs. Also kein zweiter Teil, sondern DLCs. Glaubt mir, der zweite Teil dauert noch wahrscheinlich Jahre. Wenn überhaupt. Aber hier wird erstmal die DLC-Peitsche rausgeholt. Was ich aber nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag irgendwie fast jedes DLC. Jedes DLC bringt irgendwie Sachen ins Spiel. Ob man die ja letztendlich benutzt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest gibt es die. Und man hat viel mehr Möglichkeiten. Klar, man hat auch den Workshop. Aber zum Beispiel Konsolenspieler haben den jetzt nicht unbedingt. Und genau, wo wir bei Konsole sind. Und das habe ich ja, glaube ich, nach einem Part dann wieder aufgehört. Aber ich muss dazu sagen, das ist halt relativ aufwendig, die immer aufzubauen und aufzunehmen. Und dann dachte ich mir, da haben wir jetzt nicht so viele geguckt. Und dann können wir uns die Lebenszeit auch in andere Dinge stecken, wenn es okay ist. Zum Beispiel, wenn ich die neuen DLCs vorstelle. Oder auch vielleicht schon mal eine Diskussion aufmache, inwiefern die sich lohnen. Also quasi auch in Videoform. Und dann könnte man gucken, was man daraus macht. Wäre bestimmt auch geil. Warte mal. So. Und wer das Video nicht gesehen hat, was ich, glaube ich, schon produziert habe. Oh, das ist gut. Alter, der ballert ja richtig da durch. Der wäre fast umgekippt. Voll gut. Den kann ich jetzt nochmal ganz kurz anschneiden, welche DLCs reinkommen demnächst. Ich kenne nicht das genaue Erscheinungsdatum. Aber es kommt ein Haupt-DLC. Ich hatte das mal auf den Community-Tab geschrieben. Und zwar dachte ich, das wäre so ein Neben-DLC. Aber ich glaube, das ist echt ein Haupt-DLC. So ein 15-Euro-Ding. Da müssen wir mal gucken, wie es sich verhält. Es gibt nämlich dann Plazas and Promenades. Also quasi Fußgängerbereiche. Also sprich Straßen, wo nur Fußgänger laufen. Und dann dementsprechend auch Cafés und so ein paar andere Sachen noch. Finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin, richtig geil. Wenn das geil gemacht ist. Das konnte man vom Trailer her leider noch nicht sehen. So, und wenn es dann halt auch, ich glaube, ein Haupt-DLC kostet dann immer so um die 15. Ob das dann letztendlich dann gerechtfertigt ist, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, normalerweise fand ich es eigentlich immer, also bisher fand ich die DLCs immer geil. Also warte, 45 Grad. Nice. Ich glaube, man erkennt, dass das hier wieder ein anderes Vorhaben ist. Warte, 45 Grad wieder. Und wir haben auch fleißig mit Satisfactory angefangen. Wenn ihr möchtet, Montag gibt es wieder einen Livestream. Wahrscheinlich. Das ist immer geil, ne? Immer wahrscheinlich. Einfach mal einschalten. Link zum Livestream-Kanal in der Videobeschreibung. Warte. 45 Grad. Eins. Zack. Nice. Okay, das haben wir jetzt auch schon mal. Und so sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus, oder? So ist es nicht so hart angesucht. Was war denn da wieder los? Oh Mann, ey. Okay. Wir waren ja eh gerade relativ nah dran. Alle so, boah, warum kann man denn so gut erkennen, was da macht? Ah, wir waren angesoomt. Aber waren wir dann wirklich nicht so hart angesoomt, sondern nämlich da draußen? Na gut. Aber ein bisschen Nachsicht kann mal passieren beim Peter. Der ist halt immer 100% da. Mit seinen Gedanken. Sieht das mir aus wie so ein Flughafen. Dann kommt der da drauf. Warte mal, wir hatten aber andere. Genau, wir hatten Fahrradwege. Die waren ja auch noch davon. So, und wir können jetzt mal ganz kurz mit Gras. Warte. Ne, hier war der, ne? Gras. Hier, Fahrradwege haben wir. Check. Und dann kommt noch zwei Content Creator Packs. Das sind kleine Packs meistens. Die kosten so 4,99 Euro oftmals. Und dann kommt noch Mid-Century Modern raus. Das sind so kleine, moderne Häuser. Also relativ viele Häuser, muss man sagen. Die das Spiel dann bereichern. Und dann gibt es noch Seaside Resorts. Das ist quasi einfach so eine kleine, ja man kann damit so eine kleine Urlaubsinsel bauen, wenn man so möchte. Also gerade wenn man hier Strandbereich bebaut, ist das glaube ich ganz cool. Und, äh, wer jetzt sagt so von wegen, ja, aber die sind ja auch nix und so. Und, oh, das sind ja nur Zusatzinhalte. Also ich finde auch, wenn man alleine nur das Hauptspiel hat, kann man damit schon super spielen. Kann super viel machen. Und vor allen Dingen, wenn ihr das auf Steam habt, habt ihr natürlich auch noch den Workshop und die Modifikationen. Und wer das Ganze jetzt auf Epic hat oder Windows Store, tut mir den Gefallen, holt es euch einfach für Steam. Link dazu in der Videobeschreibung ist relativ billig. Also ganz, ganz im Ernst. Man kann auch Mods auf, auf, bei Windows Edition und so spielen. Aber ich glaube, das will keiner. Also, das irgendwie, ich weiß nicht. Also geht zwar, aber bis man die installiert hat, da hat man so viel Zeit vorballert, glaube ich. Da hat man schon lange die Zeit wieder drin, um 4 Euro auszugeben für City Skylines von Steam. Wie gesagt, Link dazu in der Videobeschreibung. So. Das dazu. Dann machen wir hier auch noch ein paar Wege hin. Du müsstest ja nur gucken. Hier kommen ja zum Teil auch Hotels hin. Und natürlich noch Schulen und sowas. Wir brauchen mal bei einer Optimus-Folge, ne? Sagte er zum zehnten Mal. Okay, so oft vielleicht dann doch nicht. Aber schon häufiger. Aber wisst ihr, was für ein Content-Creator-Pack ich mir wünschen würde, habe ich es schon so oft gesagt, ne? Wenn ich es könnte, würde ich es selber machen. Äh, nicht hier, wie heißt es? Plaza's and Promenades, sondern Parkplätze und Parkhäuser. Ohne Witz, da wäre ich sowas von dabei. Da würde ich sogar 15 Euro für ausgeben. Also kein 4,99-Pack von Peter, sondern ein 14-Euro-Pack würde ich, also ohne Witz. Wenn man vernünftige Parkhäuser, Parkplätze im Original-City-Spiel hat. Ich weiß, man kann die runterladen. Darum geht es jetzt aber nicht. Ähm. Original im City-Spiel mit Parks. Also nicht mit Parks, aber das zählt ja bei Industrie zum Beispiel zu Parks. Fände ich einfach so gut. Bin ich so der Fan von. Warte mal, da war das Hauptding. Machen wir einfach ausschrägig, ne? Wiegt so, als wäre es so gewollt. So. Guckt es euch an und jetzt geht es ab, Mann. Äh, wir nehmen nochmal ganz kurz dicht besiedelte Gewerbegebiete. Kommen wir jetzt dahin. Oh, wie schnell die einfach einziehen, der Wahnsinn. Dahin. Und wie geil der Bus hier schon rumfährt, obwohl ich da nie eine Strecke gemacht habe. Aber der kennt sich halt aus, ne? Guck mal, drüber gejoinkt und direkt zieht da einer ein, der Wahnsinn. So. Mh, hier um den Kreisverkehr machen wir immer noch Büros, ähnlich wie auf der Seite. Müssen wir nur, glaube ich, langsam mal wieder ein paar U-Bahn-Haltestellen bauen. Äh, Leck! So, ein paar Büros. Eine U-Bahn-Haltestelle ist auf jeden Fall da. Da ist was. Ja, hier auf jeden Fall, also da muss auf jeden Fall eine rein. Irgendwo hier zwischen muss noch eine U-Bahn rein. Guck mal, die U-Bahn ist so tief, da könnte man locker dorthin machen. Das ist ja mal richtig gut. So, da ist dann auch eine U-Bahn und könnte man dann von hier so rum und hier gerade durch und dann könnte man hier gegenüber vielleicht noch eine machen. Da ist ja auch eine U-Bahn, ne? Da ist auch eine U-Bahn, nice. Gehört das dazu? Ja, gehört jetzt dazu. Jetzt gehört's dazu. Können wir direkt anschließen, oder? Erst dachte ich, macht der Zukunftspäter, wenn wir optimieren, aber dann dachte ich, Peter, macht der Dreck fertig. Schieb nicht alles auf die lange Bank, du. Guck mal, fass gut. Krass, hab ich jetzt einfach gedrückt, weil ich dachte, läuft. Der hat auch. Jetzt fahren wir hier nur drum, pass auf. So. Und dann kann man vielleicht vielleicht noch hier rüberfahren. Da ist ja auch eine Haltestelle, ne? Aber nee, dann hätten wir das ja doppelt, du. Hier zwischen. Dann könnte man's so machen. Ja. So, und, äh, manche haben auch gefragt, Peter, warum hast du denn so wenig Verkehr? Und dann sag ich immer, Leute, vielleicht, weil ich hier Nahverkehr bis ins kleinste Detail betreibe. Also, das nimmt euch echt viel weg, muss man sagen. Und deswegen kann ich da jeden, der Verkehrsprobleme hat, nur empfehlen, sowas zu machen. Ich hab auch mal eine Folge gebracht, ähm, da wurde halt eine Stadt eingeschickt. After Dark 3 wäre das jetzt. After Dark 3. Da wurde eine Stadt eingeschickt, die, ähm, wie soll ich sagen, gar kein Nahverkehrsmittel hatte. Also wirklich absolut nicht. Und natürlich dementsprechend auch ordentlich Stau. So, und dann bin ich hergegangen und hab dann ein U-Bahn-System eingebaut. So, jetzt kein haarklein ausgearbeitetes, sondern einfach nur reingeballert. Das war so ein krasser Unterschied. Also, ganz im Ernst. Das war richtig gut. Und es kam noch ein Tipp rein, höre ich gerade, merke ich gerade. Man kann das Depot als Haltestelle benutzen. Das wäre der Wahnsinn. Dann könnten wir unsere Haltestelle sparen und dann hätten wir 320 plus im Monat. In der Woche vor allen Dingen. Wäre krass, oder? Der hat, wäre krass, du. Ist okay, warte mal, da ist die Haltestelle, da ist die Haltestelle. Dann kommt das hier noch rum. Und in diesem Gebiet wohnen selbstverständlich auch noch Leute. Jetzt ist nur die Frage, die wohnen hier an der Hauptstraße, ne? Wo die Busse fahren, wo, ne, wo der Helikopter landet und wieder weg. Oh, ey. Da ist ja ein Helikopterplatz. Wie soll das denn funktionieren, du? So, da können wir machen, da können wir machen. Okay, wir probieren, wir probieren. Passt auf, halt euch fest. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Und ich glaube, wenn wir nächstes Mal optimieren, dann werden die Besucherzahlen, die Einwohnerzahlen, sowas von hochballern. Jetzt gerade sind wir bei 79.000. Ich glaube, da geht noch einiges. Wir machen hier mal wieder ein einzigartiges Gebäude hin. Keins aus dem Diäzis, sondern eins aus dem Hauptspiel. Ich habe ja mal gesagt von wegen, dass man, wie soll ich sagen, dass ich nicht alle Sachen in den Hauptspieldistritt reinkriege. Mein Gott, Hauptspieldistrict. Sondern, dass ich zwischendurch auch mal hier sowas machen muss. Weil das sonst einfach zu voll wäre, das eine Ding. Und absolut nicht wirtschaftlich, weil wir dann super viel Geld bezahlen. Weil die kosten ja immer vor viel. Und deswegen ist das so, glaube ich, viel, viel geiler. Ja, das ist cool. Obwohl, das ist auch wieder laut, ne? Ah, wir lassen es erst mal. Wir lassen es erst mal. Ich meine, wer in den Freizeitdistrikt zieht, der muss damit rechnen, dass er auch mal laut ist. So. Klasse, Alter. Klasse. So, da haben wir fertig. Hubschrauber würde ich ganz gerne mal ausprobieren. Kann ich da echt eine Haltestelle setzen? Das wäre in 10. Seht ihr? Das mag ich so gerne. Oh, wir brauchen Wasser. Das mag ich so super gerne, wenn ich so aufnehme. Weil ich da nicht nur von mir was lerne, sondern auch von euch. Aber in dem Fall geht's gar nicht. Habe ich wohl doch nichts gelernt. Seht ihr? Ich kann hier eine Haltestelle hinmachen. Ich kann aber keine im Depot machen. Also bei Hubschraubern war das schon mal eine Fehlinformation. Schade aber auch. BTF, Wasserverfügbarkeit. Warum denn auf einmal so wenig? Der ganze Flughafen trocknet aus. Oh, 200er. Oh, das ist schon lange. Ähm, wo ziehen wir Wasser rein? Hier. Oh. Da haben wir leider das Wasser leer gelutscht. Das ist aber ärgerlich, du. Mh. Könnte ich natürlich jetzt auch nach da machen. Wollten wir den hier machen? Weil da super viel Wasser ist. Und da ist ein Industriegebiet noch. Wie laut sind die Dinger denn? Also da könnte man anfangen, ohne dass wir sonderlich viele Einwohner stören. Und dann könnte man die Flammelstörung A so ein bisschen komprimieren. 4 5 6 7 8 Hier vorne sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieh, okay. Gucken wir mal. Ich glaube ja, dass das sehr doll abgeht. Und dabei wollte ich noch was gucken. Ist da zu viel Verschmutzung vielleicht? Ist das Wasser da anders farbig? Das ist natürlich klar, ne? Ich glaube aber nicht. Sollen wir das einfach mal verbinden und gucken, was passiert? Also kann jetzt sein, dass alle einfach erkranken. Und jetzt werden die gleich anfangen, ne? Oh nein! Das ist halt der große Nachteil, wenn man, guck mal, da können die Leute drüber laufen. Das ist der große Nachteil, wenn man zu viele Puppen nebeneinander macht. Wir haben, ohne Witz, wir haben den Fluss ausradiert. Wir haben den Fluss trockengelegt. Das ist ja mal geil. Flusstrockenlegen leicht gemacht. Mit Peter. Dem Neu... Guck's euch an. Ich will's... Ich will aber jetzt trotzdem mal gucken, wo's landet. Ich guck mir jetzt an, wo's Wasser hingeht. Aber echt? Ist das jetzt weg? Ach, guck mal, da geht wieder. Aber wie E-Mail... Also wie krass das einfach ist, ne? Ja, wir müssen die dann irgendwo dahin machen, wo halt immer, ähm, Wasser ist. Wo viel Wasser... Hier, hier, mehr. Einfach im Meer. Guck gerade mal, wo man die anbauen könnte. Sonst müssen wir... Also sonst müssen wir mehrere machen, vereinzelnd. Sonst werden wir das nächste Folge vielleicht mal machen. Nächste Folge vielleicht so eine Optimierungsfolge, wo wir Wasser rein saugen. Ich mein, geht, geht. Läuft auf jeden Fall, ne? Wasserverfügbarkeit ist Wahnsinn gerade. Aber der Fluss ist halt auch weg jetzt. Ach, guck mal, jetzt suppt ein bisschen was nach. Aber geil auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Kommt aber nicht an, oder? Wird direkt weggesaugt. Wobei die so wahrscheinlich viel mehr Sand einsaugen als alles andere, ne? Cool. Ah, fast. Die Wasserverfügbarkeit nimmt ab. Wie auf unserem Planeten. Oh, jetzt ist der Fluss wieder da. Aber das ist kein Ding, was man lassen kann. Das ist zu wild. Zwei, drei Pumpen, ja. Da auch vielleicht zwei, drei Pumpen. Und dann müssen wir die halt ein bisschen verteilen. Oh, die haben sich gefreut. Haben wir das Fußballspiel gewonnen? Scheint so, gewonnen. 200.000 WTF. Nice. Das ist einfach so ein Goldding hier, so ein Fußballstadion, ne? Okay. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Part. Hau da rein. Tschüss.